ja mahlzeitmesser freundin herzlich willkommen zum neuen video was ich jedes mal mache wenn der neue böcker katalog kommt ich ziehe mir natürlich alle rubriken rein aber besonders genau schaue ich mir als die magnum sektion an ja ohne scheiß denn da sind manchmal immer wieder ein paar rosinen drunter versteckt manchmal sind da echt gute folder fürs budget zum beispiel hier der nw skinner den hatte ich schon mal richtig gutes taschenmesser für echt wenig budget immer wieder coole teile dabei den hatte ich schon mal den forest ranger den gibt es jetzt auch mit nagelrille anstatt daumen ist bestimmt auch nicht schlecht für 23,95 so ein großes robustes messer die graue eminenz das würde ich mir irgendwann auch noch mal antun aber hier das ding sieht auch ziemlich vielversprechend aus dieser kleine stachel hier das raccoon also waschbär gut kostet aber auch 52 euro ja sind viele sachen dabei wo jetzt nicht so hammer sind hier die gefallen im bfg immer das ist jetzt mal gar nicht so mein fall hier die graue eminenz die sieht auch noch echt cool aus und backlock folder schön mikata edelstahl fette klinge das scheint auch noch ein ganz gebrauchbares messer zu sein das ist aber auch 44 euro und so gibt es auch immer wieder mal das ein oder andere modell hier drin wo gar nicht so schlecht ist und da ist mir aufgefallen in dem neuen katalog ein neues modell da haben wir es jetzt überblättert da habe ich mir gedacht das teile schaue ich mir doch mal genauer an das könnte dann wieder so eine rosine sein hier zum rauspicken diesmal das two handed fat check ist ein fein verarbeitetes dabei aber ein terpes arbeitsmesser die zweihändig zu öffnende klinge aus 440a stahl verfügt über einen hohen anschliff und ein reizvolles tutel und finish g10 schalen sind beidseitig geriffelte rillungen eingefräst klipp unterstützt die alltagstauglichkeit bestellt war auch ratzfatz da kommt hier in der bildvermerkungsstandard blechbox die muss man nicht wegschmeißen da kann man die nach rein rausnehmen hat man irgendwelche kleinigkeiten noch eine praktische kleine aufbewahrungsbox und das ist das coole teil und ich muss sagen ich bin echt wieder begeistert das ist wirklich wieder habe ich mich nicht getäuscht das ist wieder rosinenpickerei gewesen und das ist wieder so ein modell wo ich sagt die küren zwar jedes mal das verstehe ich irgendwie die machen ja jedes jahr so das das böcker magnum messer des jahres das ist ja mal ein messer aus der böcker segment jedes mal so eine riesen fix plate in zusammenarbeit mit irgendeinem designer das sollten die aber auch genauso machen der böcker magnum folder des jahres da hätte ich nehme ich schon ein für 2018 nämlich hier der big fat jack das ist nämlich ein wirklich cooles taschenmesser fürs budget schauen wir uns ein bisschen genauer an erstmal diese wirklich schön geriffelten gegroovten g10 griffschalen die geben richtig gut halt auf beiden seiten hier sehen wir den clip auch schön stonewash in schwarz lässt sich sehr gut in die hosentasche einfädeln und der ist schön elastisch also da reißt du dir nicht die hosen kaputt hält aber trotzdem bombig und du kannst wunderbar einfädeln und wieder rausholen massive schwarze platin lock steht perfekt genau mit der kompletten lock breite am anschlag der klinge besser geht nicht und auch die klinge sitzt absolut mittig hat kein spiel da passt alles bombig das ding läuft wie auf einem kugellager aber ich glaube da sind irgendwelche man sieht so weiße wascher keramik kunststoff irgendwas aber läuft wie auf butter also wenn man in den also den liner lock reindrückt dann fällt das ding so fein läuft die klinge wir haben hinten drin eine schön auch nochmal gefrästen mit rillen versehenen backspacer einwandfrei dahinteren bloß ihr seht da ist was nicht so schön ist das einzige sag ich mal verarbeitungsmängel am ende vom griff stehen die g10 griffschalen so einen halben millimeter über das ist jetzt nicht so schön das ist das einzige verarbeitungsmängel und ich sag mal das lanyard hole hätte man sich sparen können da der clip nicht umsitzbar ist und das merke bloß tippdown ist ich meine was soll ein lanyard da noch unten in der hosentasche da kannst du es ja nicht als ziehhilfe verwenden höchstens wenn ja hätte man weglassen können ist nicht dramatisch geht durch den backspacer durch also schön versteckt hier haben wir vorne wunderbar stonewash finish und dann haben wir drüber poliert also das super weich super glatt das messer kam super scharf und rasiert wie die sau geht durch papier wie durch butter also perfekt abgezogene klinge oben schön auch so geschwärzt das ganze so ein bisschen im sheepfood style sieht nicht so aggressiv aus richtig schöne klinge hat zwar eine nagelgrille bloß das messer soll ich mal lässt sich wunderbar einhändig öffnen lässt sich auch sogar durch die größe und die schwere der klinge rausschleudern also ja 42a lassen wir mal die diskussion klasse messer hier ist nur gelabelt mit 440a ja was werden die da verwenden irgend so ein 7ch 13mov oder sowas aber die dinger rosten nicht bricht nichts ab bricht nichts aus und du kriegst sie super schnell wieder scharf wenn der mal nicht mehr so ganz scharf ist dann gehst du in die küche nimmst du den küchenstall raus ziehst du den zehnmal drüber und dann ist das ding wieder rasier scharf da brauchst du nicht anfangen mit irgendwelchen diamant schleifmaterial arbeiten das ding einfach mal kurz über den küchenstall dann über den ledergürtel fertig und das ding rasiert wieder schön schwarz die platinen da drin schönes all black modell mit stonewash silberner klinge richtig schöner effekt und ja es ist wirklich fett das hat richtig schön volumen und liegt dadurch aber wirklich super in der hand und es sei mal ist bisschen für kleinere hände gut ich sag mal so bis handschuhgröße 9 wahrscheinlich perfekt sehr gut hinten dran hat man ein bisschen luft ich habe achten halb neun neuneinhalb zehn wird wahrscheinlich schon ein wenig knapp aber für mich die perfekte handlage da vorne schön finger gart also cooles teil klingstärke verbaut haben 3,5 3,5 mm klingstärke hinter der schneidphase so 0,6 bis 0,7 schneidet aber besser als man bei der größe vermuten lässt lang ist die klinge ist 85 mm mit einer schneide von 79 80 mm gesamtlänge 90,6 also noch knapp unter 20 cm ist noch nicht zu groß und 85 mm klingen mit so 8 cm schneiden sind immer perfekte alltagstaugliche größe gewicht dürfte glaube ich ganz gut sein hoch 167 gramm fast 6 unzen ist halt eine ordentlich hohe klinge dadurch kommt natürlich schon ganz schön material zusammen von der höhe ja die ist 3 cm hoch 8,5 cm lang 3 cm hoch 3,5 mm stark dann über die ganze fläche noch zwei nicht skelettierte stahlplattien ja da kriegst du einmal ein bisschen gewicht zusammen vermittelt aber einen richtig robusten wertigen eindruck und die schneidperformance von der klinge ist gut und es kommt ab werk super scharf also für mich muss ich sagen wieder echt ein schönes rosinchen im böcker magnum sortiment das teil noch mit einem ganz klein bisschen besseren finish so mit den griffschalen ein 440a durch ein 440c ersetzen und das ding könnte man ohne problem ins böcker plus sortiment setzen denn das ist ein richtig schöner cooler großer robuster folder mit echt guter schneidperformance also hier der fat check kann man echt sagen war hat sich schon wieder gelohnt die diesmalige ausbeute im böcker katadok der 01 ry 843 wenn das die böcker nummer ist cooles teil finde ich richtig gut werde jetzt mal eine weile edisieren mal schauen wer sich im alltag so macht aber erster eindruck klasse richtig tolles teil also es ist nicht immer alles schlecht was im magnum sortiment ist es ist zwar oft günstig aber sind auch immer wieder gute sachen mit dabei da gehört hier der fat check echt mit dazu meiner meiner nach jetzt so früh im jahr schon hier böcker folder des jahres ok freunde soll ich euch schon mal danke für das ganze bewerten kommentieren ganz kurz heute wieder mal in magnum ciao bis zum nächsten mal euer elbidi machts gut bye bye und immer schön edisier einstecken ciao